Hallo und willkommen zurück zu Pretty Old Pixel, mein Name ist Selma und es geht weiter mit dem kalten Einstieg, mit dem Sprung ins Nasse von K240. Keine Ahnung, hier läuft schon ein bisschen Text durch und es ist die deutsche Version und lade sich Alien, schauen wir mal wie die ist, Nummer 1 für alle ihre Abbaubedarf, Vermessung, Abbau und Transport, Terracorp, also das ist Werbung hier, keine Ahnung, mal gucken, so laden, sichern, AlienFX, Soundeffekte deaktiviert, Soundeffekte aktiviert, Sprache deaktiviert, Sprache aktiviert, Sprache hatten wir ja gar nicht, das, Warnung, Sie brechen das Spiel ab, drücken Sie Y zum Abbruch nach DOS oder N um weiterzuspielen, dann drücke ich N um weiterzuspielen und was ist Ende? Ah, Sie haben sich entschieden eine neue Mission anzufangen, halten Sie Ausschau nach Muster D gegen Angriff, es ist leicht durchschaubar, Sie besitzen folgende Ausrüstung, Kraft 0 Abgl, vielleicht möchte ich doch die englische Version, drücken Sie einen Mausknopf um fortzufahren. Okay, ähm, CD ist das Credits? Okay, rechte Maus, das ist das, linke Maus, das hier drauf, schaltet irgendwas weiter. Ähm, dafür gab es ja nichts, leider, für diese Icons. Wählen Sie Spionagesatellit. Okay. Kolonieüberschüsse, AST, WZ, T605, Bevölkerung 51, Überschuss 51, Strahl 30, Max 100, Vorkomm, Produktion verfügbar überschüssig, okay, Energieproduktion 0, Verfügung, okay, 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 okay. Verbrauch, Verbrauch, nicht vorkommen, das ist Verbrauch, wir verbrauchen keine Energie, Sicherheit, Asteroid ist sicher, Füllte, hätte doch noch ein O hingepasst. Okay, Asteroid umbenennen. Schon gut, dass man die umbenennen kann. Gebäude, ah, okay, hier ist die Gebäudeübersicht, es gibt wirklich viele Gebäude. Okay, ihr Bauplatz ist blockiert, mittels, mittels Z, Bau, V, Gebäude werden knapp. Alter, Schwere. Ähm. Bauen im Weltraum unmöglich. Okay, verstehe ich. Ich dachte, das wäre mal ein Raumschiff da. Das ist wahrscheinlich Runde überspringen. Hier was sprengen, sprengen ist doch gut. Okay, damit kann ich nur Gebäude abreißen. Das ist Flottenmanagement, okay, das ist wieder, das ist ein Menü zurück immer, ne, okay. Okay, mhm, 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 so, Preis, 100, Wohnbereich, Follteinrichtungen für die Bequemlichkeit, 50, Angst, das schwert. Okay, ja, möchte ich machen. Ist das jetzt ausgewählt hier? Jetzt auf 1 klicken. Ne, mhm, ich dachte vielleicht, dass die Anzahl, ne. Ah. Alter Schwede, das ist, ähm, gar nicht so übersichtlich. Sagen wir jetzt schon, das waren die Informationen, ne. Finanzinformationen. Nichts. 5K, 10K, 1 Million. Okay. Nicht linear, das macht aber nichts. Ähm, da hatten wir schon, was war ich, äh genau, das war es mit den Spionagen, da hatten wir auch schon geguckt. Ich glaube, das ist im Moment so das Interessanteste, das gut achten, selenium, asteros, barium, krystallite, quatsink, quatsink, mhm, bitanium, corellium, ob die wohl die auch angefasst haben in der Übersetzung. Nexos, aber immerhin, bis auf 2, was ist das, Ärzte, scheinen wir hier ja alles zu haben. So, was war, oh, willkommen bei Exit-Ergebung. Oh, wirklich Sprache. Bohranlage, zweite Generation, Preis, ah, das, dann ist wirklich das mit dem C, die 406.000 Credits gewinnen. Bohranlage kriegt nicht schlecht. Diese Vielkopfbauanlage wird die Fördergeschwindigkeit aller existierenden und zukünftigen Grubenanlagen verdoppeln. Kann ich die jetzt erwerben? Okay. Das war's. Bohrer, Raketenabwehr, das sind die Modifikatoren, ne, ja. Stärktes Baumaterial, Operaturoboter, Deflektor, Floh, Schlauchschacht, was? Energielager. Okay, ich muss dann immer ein Stückchen nachladen. Ratellitenbestellung, Transporter werden geliefert. Okay, wir schauen mal. Ich bin irritiert, weil er hier ja auch immer nachlädt. Ich weiß aber ehrlich, was ist das? Ich bin schon auf die nächste Folge im Tutorial gespannt, wenn einem das erklärt wird, was das jetzt hier sein soll. Vor allen Dingen, was ist das denn? Hier kann ich 8, 9, 0 ist das gleiche wie 1. Haben wir hier jetzt alles, das hier hat man glaube ich noch nicht, oder? Blaupausen, genau. Sie besitzen folgende Blaupausen. Das sind alles, hm. Oh, nicht so intuitiv. Ah, hier kann ich mal eine Flotte zu einem anderen schicken. Ich hab's mir anders überlegt. Okay, dann kommt man nur da raus. Was man hier macht, weiß man auch nicht. Oh. Sieht nach einem komplizierten Menü aus. Ja. Polonieübersicht. Bin ich jetzt ein Menü weiter drüber? Also auf der ganz oben, oberen, oben Ebene? Ist so verwirrend. Ja. Eine CPU haben wir. Gebäudezählung, okay. Das ist eine CPU dann. Was vermutlich nichts mit dem Computer zu tun hat. Ein Raketensilo. Bauungszentrale fehlt. Das ist wieder die. Wie komm ich denn da wieder raus? Welche Ansicht war das diese, ne? Asteroiden-Motor. Okay. Ähm. So. Ich versuch das erstmal hier, nochmal das mal kaputt machen. Das war einfach nur angucken, oder? Ja, warte mal. Hab ich da jetzt einen von? Ohne Welt. Mal gucken. Eine CPU. Na ja, sechs Energielager habe ich ja nicht, oder? Also ich sehe die ja nicht. Solarzellen, fünf. Das sind Shortkeys, kann das sein? Ja, 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 ja. Das ist Shortkey fünf. Kann ich hier einfach einen anlegen, dann auf der... Ja, hier kann man sich Shortkeys machen. Die Tiefbohranlage will ich auf allem haben. Lagerhaus, Lagerturm, geschützte Lagerturm, Raumschiffwerft, Landeplatz, Sensorenfeld, Steuerungszentrale. Ist das die CPU? Das ist das Ding? Nein. Waffenfabrik, Laserturm, Raketenschild, Hydroponie, Innovationsanlage, Sauerstoffanlage, Umweltkontrolle, geschützte Umweltkontrolle, Graf Nullabgleich, erzeugt ein Schwerkraftfeld, das den Asteroid und alle Nachbar-Asteroiden unbeweglich hält. Hä? Satellitensilo, unbeweglich hält. Wohnbereich, damit wären wir durch. Okay. Wir wissen immer noch nicht, was dieses Ding ist. Doch, das ist die CPU, steht hier drunter. Okay. Mehr sowas wie das Hauptquartier. Aber wie produziere ich dann so viel? Also was produziert das? Spielpause. Das ist in Echtzeit. Ah ja, genau. Das ist, ähm. Seite 164, Zeile 1, Wort 8. Autorisierungskode akzeptiert. Kann ich mit den Tasten irgendwas bewegen hier? Ah, ne. Okay, scheinbar läuft das, ist das die Zeit vielleicht? Ja, das ist die Zeit. 73, 75, 77. Ja, okay, das läuft in Echtzeit ab. Alles klar, verstanden? Gibt das? Das ist das gleiche. Äh, wieso ist das, das, das gleiche wie das? Äh. Okay, so richtig Sinn macht das nicht. Kann ich hier eine Flotte bilden? Sie haben keine Steuerungszentrale. Ja, okay. Äh. Da passiert einfach nichts. Da passiert nichts, wenn man da drauf klickt. Okay, ja. Gut. Hätten wir das geklärt? Paketensilos haben wir nicht. Hm. Okay. Puffw. Okay, das ist jetzt Puffw. Wo kann ich jetzt? Ach. Das ist ja lustig. So kann ich dann zu den Kolonien springen über die F-Tasten. Da hat man sich schon Gedanken gemacht. Das finde ich schon mal sehr gut. Das ist das Hauptmenü? Ja. Okay. Wie mache ich da weiter? Ähm. Ah, hier kann ich mir die Alien nochmal angucken. Nech. Sp. Okay, ich wollte mir das nächste Alien angucken. Egal, okay. Okay, damit hätten wir, ich glaube, das soweit erstmal fertig. Ja. Haben wir jetzt aber noch keine konkrete Vorstellung davon, wie man hier überhaupt was baut. Weil entweder ist der Bauplatz blockiert oder aber er wird knapp. Wie bin ich denn zu der anderen Seite gewechselt eben? Ging das hier rüber? Das Reich schickt ihnen Verstärkung. Das Reich schickt ihnen Verstärkung. Raumschiffe auf dem Weg nach Wuziv. Ich ist reich. Ah, hier. Okay. Das Reich schickt mir jetzt Verstärkung. Mal gucken, was dann passiert, wenn die eingetroffen ist. Ansonsten würde ich sagen, so ging das. Was gucke ich mir denn jetzt hier? Drehe ich den? Immer um 90 Grad. Ach, verflixt, da wollte ich gar nicht hinklicken. Ich will weitermachen. Ja, ich drehe das Ganze um 45 Grad. Das ist nicht bewegen. Okay, ich dachte vielleicht sind das mehrere Asteroiden, die irgendwie in einem Verbund sind. Und auf jeden Fall ist es irgendwie... Uh, ruhig, sag mal. Nicht wild hin und her klicken. Okay. Das erklärt ja schon mal einiges. Das waren die Abkürzungen. Muss ich wieder reinzoomen. Ja, da weiß ich nicht, was das ist. Hier gibt es auch keinen Hover irgendwie. Ich glaube, hier könnte ich eine Flotte schicken. Also wenn ich hier klicke, macht es ja nicht mal Klick. Hier hört man dann Klicks. Also... Ist gleich da. Okay, dieses ist dann scheinbar die Standardansicht. Und hier ist mein Hauptschiff, Hauptgebäude. Ich nenne ihn Wurz. Ist er hier jetzt unbedingt? Ja. Wollte ich zwar andersrum, aber ich bin so auch schon zufrieden. Und hier in den Menüs kann man leider immer gar nichts ändern. Also das war unbenennen. Das hier. Die Gebäudeaufzählung. Okay, also hier drauf zu klicken bringt nichts. Und hier drauf klicken kann ich nicht. Und ich kann nicht einfach... Das war ja immer das Gleiche. Ich kann hier auch nicht einfach... Bauen. Vermutlich... Hm. Warte mal. Mein Bauplatz ist blockiert. Kann ich das jetzt hiermit wegmachen? Nein. Kann ich das wegmachen? Sie reist momentan ab. CPU. Klicken Sie auf Exit um abzum... Klicken Sie Exit zum Abr an. Sondre Abr. Wollte ich nicht. Ich wollte genau das Gegenteil. Gut, hätten wir das hier geklärt. Jetzt müsste da aber platt sein. Kolonie noch nicht etabliert. Ah, okay. Erhalt codierte Nachricht von Terracorp. Ich glaube, das sind die Auftraggeber, ne? Ihr letzte Asteroid wurde zerstört. Terracorp ist mit ihren Leistungen unzufrieden. Sektor K20 muss unbedingt von allen Alienvölkern befreit werden, bevor dort im großen Umfang Bodenschätze abgebaut werden können. Terracorp hofft, dass sie Fortschritte machen. Wählen Sie Alien um ein Szenario? Sie arbeiten mit Terracorp. Kann ich dann... Kann ich dann die Alien? Und das ist spielen. Man kann auch die Aliens spielen? Wir müssen dann empfinde ich die Spionage. So ein verstärkter Material-Reparatur-Roboter. Drücken Sie Mausknopf, um fortzufahren. Und jetzt Terracorp? Okay, also, ja, das ist ein guter Einblick gewesen. Ich bin komplett planlos. So planlos war ich schon ewig nicht mehr. Mir war klar, dass das Spiel relativ komplex ist und man da jetzt nicht so einfach reinhüpfen kann. Aber ich hatte doch wenigstens gehofft, dass man mal hier so ein bisschen anfangen kann zu bauen und sowas. Aber offensichtlich... werden ja die Gebäude knapp. Und ich glaube, ich spiele nächstes Mal die englische Version, weil die deutsche ist schon mit den ganzen Abkürzungen wahrscheinlich schwerer zu lesen, wie sich das Englische zu übersetzen. Nichtsdestotrotz, ich bin gespannt. Und ich bin auch ein bisschen neugierig, was jetzt das Tutorial mir erklären wird, wie die Zusammenhänge wirklich funktionieren. Und ich glaube, dann können wir schon relativ früh loslegen. Ich glaube, wenn man den Einstieg überwunden hat, ist es erstmal gar nicht so schwer, überhaupt ein bisschen Fortschritt zu machen und ein bisschen weiterzukommen. Aber das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!